hallo zusammen in diesem video zeige ich euch wie der osterkarneval event funktioniert man hat in seiner villa überall osternester versteckt so wie hier wenn man auf dieses osternest draufklickt dann sammelt man das ein jetzt ist es eingesammelt wir suchen ob wir noch weitere osternester finden da sehe ich nichts da auch nicht auch nicht hier habe ich eins gesehen wieder einsammeln und jetzt gehen wir auf das eventzentrum und hier auf den osterkarneval auf die kleinschatzkammer draufdrücken und jetzt haben wir die verschiedene eier vom goldenen habe ich keins ich habe silberei da drücke ich jetzt auf öffnen und könnte jetzt vier schlüssel anwenden ich verwende jetzt mal einen und das ist die belohnung von einem silberei wir probieren jetzt noch das große ei aus auf öffnen drücken auch wieder eins und da ist die belohnung jetzt ein bisschen kleiner wenn dir das video gefallen hat drücke auf like und vergiss nicht den kanal zu abonnieren